Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Spongebob-Fangame. Heute spielen wir mal Slendy Crab. Ja, ne Mischung aus wahrscheinlich Sandy Cheeks und Mr. Krabs. Ja, das ist der gute Slenderman bzw. Mr. Krabs. Und ja, das ist ein weiterer Slender-Ableger. Nur mit den Charakteren aus dem Spongebob-Universum. Collect all Dollar Biles. Ake. Null Papers. Und wahrscheinlich irgendwo hier im Wald befindet sich bzw. läuft Mr. Krabs herum. Wow! Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Hier ist was. Das ist ein Grafikfehler oder so, keine Ahnung. Alter, die Mucke. Da ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Da ist der Geiz halt schon wieder. Kann ich weglaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter, der Geiz schlund. Der ist ja gar nicht übersehbar. Der läuft ja hier rum so. Du siehst den ja irgendwie instant. Und der Wald ist auch nicht wirklich, bietet kein Versteck. Jetzt dachte ich gerade, ich habe Slender gesehen. Kriege aber schon ein paar halbe Paranoias. Da ist er doch schon wieder. Ich habe es doch schon wieder gehört. Oder? Das ist schon creepy, Alter. Warum wird denn eigentlich mal Mr. Krabs so verletzt? Da ist er schon wieder. Warum wird denn eigentlich Mr. Krabs immer so verschandeln? Und wieso ist hier denn keine einzige Note? Ich weiß gar nicht, ob ich den vor dem Ohr überhaupt weglaufen kann. Anscheinend schon. Oder? Ne, kann ich nicht. Und wie der andere gewatschelt kommt, der alte. Der eine Baum sieht doch aus wie der andere, du. Er kannst du mich auch mal bitte in Ruhe lassen? Kann er nicht. Ich laufe direkt mal direkt. Ich möchte es gerne mal komplett wissen. Und laufe jetzt mal direkt ins Innere des Waldes. Mein zweites Spongebob-Fangame, Leute. Premiere. Und auch hier werde ich mal wieder meine Meinung kundtun. Schreibt meine Videobeschreibung aus. Und. Genau. Dürften wir aber auch gerne eure Meinung zu dem Spiel. in die Kommentare schreiben. Ich finde keine einzige Note. Beziehungsweise Papier. Jedes Mal, wenn ihr so geflüstert wird, denke ich, Mr. Krabs ist hinter mir. Ich wette mit euch drauf, dass der eh hinter mir ist, wenn ich mich jetzt umdrehe. Oder wir wette um 10 Euro? Ja, guck mal. Der ist ja direkt schon wieder. What the fuck? Hat der Missy mich mit seiner Wampe erst mal angesprochen? Also ich kann auch das Licht ausbehalten. Jetzt, äh, schätze ich mir nur die Frage, bringt das was oder nicht? Sieht er mich dann weniger? Seht ihr dann weniger? Wahrscheinlich. Ihr seht wahrscheinlich überhaupt gar nichts. Ich hab keine Ahnung. Also die Schwierigkeitsgrad ist ja schon echt enorm. Ah, hier ist ne Rutsche. Sehr schön. Wie collecte ich das denn? Ach, ein Paper hab ich. Mr. Krabs hinter mir? Ja, Mr. Krabs hinter mir. Wenn ich jetzt das Licht ausmache und hier jetzt lang laufe, lässt der dann irgendwann von mir ab? Eventuell? Ich finde, die Map ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, vielleicht an der Stelle. Ja, komm, der ist wieder direkt hinter mir. Ich finde die Map viel zu klein. Ich finde die Map viel zu klein, Leute. Wir probieren es jetzt noch ein einziges Mal. Und dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal. Also wir haben schon mal, naja, klein, zwei Standpunkte gefunden. Der, der Wald ist auch gar nicht so groß. Wo sollen denn die ganzen Sachen versteckt sein? Das verstehe ich gar nicht. Vor dem Mr. Krabs kannst du dich so oder so nicht verstecken. Das verstehe ich gar nicht. Da ist er schon, da ist er direkt schon wieder. Da ist er direkt schon wieder. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war Slendicrab. Slendicrabs. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Und tschüss.